Willkommen in diesem Video, in dem es nochmal um Phonologie geht und lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, Sie daran zu erinnern, dass Sie die Hintergründe für alles, was ich Ihnen erzähle, ausführlich in meinem Open Access Buch Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen nachlesen können, das ich nochmal unten in der Beschreibung verlinke. Wir kommen heute zum Thema Silbengelenk. Wie können Sie Silbengelenke erkennen? Und ganz kurz wiederholen wir einmal, was ein Silbengelenk überhaupt ist. Und dazu schauen wir uns das Wort Mitte an. Überlegen Sie sich doch kurz, wie man das Wort Mitte in IPA phonetisch transkribieren würde. Da bekommen wir dann hier sowas, der bilabiale nasal, das ungespannte L, den alveolaren, stimmlosen Plosiv und dann ein Schwach. Wenn wir uns jetzt die Silbenstruktur für dieses Wort überlegen, sehen wir sofort, wo das Silbengelenk sitzt. Die Kerne dieses zweisilbigen Wortes, die Silbenkerne, sind relativ leicht zu finden. Na gut, das sind jeweils die Vokale. Die Anfangsränder der beiden Silben sind auch relativ einfach zu finden. Das ist das M und das T jeweils. Die Frage ist jetzt, hat irgendeine dieser beiden Silben einen Endrand? Na gut, die hier auf jeden Fall nicht. Hier kommt einfach nichts mehr. Und beim Silbengelenk haben wir aber eben die Situation, wo die erste Silbe durchaus einen Endrand hat. Aber der wird besetzt von demselben Segment, was im Anfangsrand der zweiten Silbe steht. Ich vervollständige ganz schnell diese Silbenstruktur. Und ich sage es nochmal, die typische Situation für das Silbengelenk ist genau das hier. Nämlich ein Segment im Endrand der vorherigen Silbe und gleichzeitig im Anfangsrand der Folgesilbe. Das heißt sowieso, sie können ein Silbengelenk nur haben zwischen zwei Silben. Das ist eine ganz besondere Art des Kontaktes von zwei Silben. Und wir schauen uns jetzt an, wann genau das auftritt. Wir haben es jetzt also mit folgenden Wörtern zu tun. Winken, Ranzen, Bücher, Bälle, unterstellen, verhunzen. Und die illustrieren alle eine ganz bestimmte Konfiguration, die erstmal gegeben sein muss, damit wir überhaupt darüber nachdenken, ob es ein Silbengelenk irgendwie geben könnte. Und bei diesen ersten vier Wörtern ist das relativ eindeutig. Die sind alle zweisilbig und die erste Silbe ist betont. Winken, Ranzen, Bücher, Bälle. Das heißt, Winken, Ranzen, Bücher, Bälle. Das sind sogenannte Trocheen, Füße aus einer betonten und einer unbetonten Silbe. Die gibt es natürlich auch in komplexeren Wörtern, also sogenannten Nicht-Simplicia. Die ersten vier sind Simplicia. Die sind nicht morphologisch abgeleitet. Hier unten haben wir zwei Beispiele, wo aber, das hat hier sonst nicht ganz hingepasst, unterstellen, verhunzen, wo jeweils auch Trocheen drin sind. Und nur in so einem Trocheus denken wir überhaupt darüber nach, ob es ein Silbengelenk gibt. Jetzt sehen Sie aber vielleicht auch, wenn Sie das schon so weit verstanden haben, dass natürlich längst nicht alle dieser Wörter hier Silbengelenke enthalten. Es ist eigentlich nur Bälle und unterstellen, jeweils hier dieses L ist im Silbengelenk. In allen anderen Fällen gibt es kein Silbengelenk. Und das hängt damit zusammen, dass der Trocheus nur die erste Bedingung ist, die erfüllt sein muss. Die zweite Bedingung schauen wir uns jetzt an. Wir betrachten die Wörter Minze, Klinke, Rumpeln, Tasche, Wanne. Das sind alles trocheische Wörter. Minze, Klinke, Rumpeln, Tasche, Wanne. Alles trocheisch. Und wir haben aber nur in zwei von denen ein Silbengelenk. Nämlich hier und hier in Tasche und Wanne. Warum? Hier ist das relativ eindeutig. Überlegen Sie sich, was für eine Situation wir eben uns angeschaut haben am Anfang, wann das Silbengelenk auftritt. Da wird ein Konsonant im Endrand der ersten und im Anfangsrand der zweiten Silbe verwendet. Das passiert nur, wenn da auch nur ein Konsonant ist. Und in all diesen Fällen hier, Minze, Klinke, Rumpeln, haben wir zwei Konsonanten. Das heißt, wir haben hier überhaupt kein Problem, den Endrand mit dem einen und den Anfangsrand mit dem anderen Konsonanten zu füllen. In diesen Fällen hier, die drei hier oben, tritt auch kein Silbengelenk auf. Das tritt nur dann auf, wenn Sie im Trocheus auch an der Silbenkontaktstelle nur einen Konsonanten überhaupt zur Verfügung haben. Das sehen Sie natürlich besonders gut, wenn Sie es korrekt transkribieren. Ich weiß, das können nicht alle gleich gut, weil das auch nicht gleich viel geübt wird. Vielleicht machen wir da ja auch nochmal ein Video. Das ist jetzt die zweite Bedingung gewesen. Trocheus. Nur ein Konsonant. Die dritte kommt jetzt. Alle diese vier Wörter erfüllen die ersten beiden Bedingungen. Miete, Mitte, Maische, Mische sind Trocheen. Wir sehen hier jeweils nur einen Konsonanten. T, T, Sch, Sch. Und die Frage ist jetzt, warum es nur hier und hier ein Silbengelenk gibt. Und das ist auch relativ einfach zu beantworten. Und Sie sehen hier einen langen Vokal und Sie sehen hier einen Diphthong. Den rechnen wir ja mal für viele Fälle, wenn wir Silbenstruktur berechnen, wie einen langen Vokal. Und dann sehen Sie, dass die ersten Silben hier in dem Fall zwei Mohren wiegen durch den Vokal. Diese hier, ungespannter Vokal, wiegt nur eine Mohre. Die hier durch den Diphthong zwei Mohren. Und die hier wieder durch den kurzen Vokal eine Mohre. Und jetzt sehen Sie sofort, was das Problem ist. Betonte Silben gibt es immer nur mindestens zweimohrig im Deutschen. Und das heißt, diese Silben hier dürfte es in dieser Form so gar nicht geben. Da muss der Konsonant dazu gezählt werden. Genauso wie hier. Damit die am Ende zweimohrig sind. Sonst wäre das eine betonte, einmohrige Silbe. Damit wäre die überleicht und das haben wir nicht. Genau das ist der Grund, warum wir das Silbengelenk haben. Zumindest aus der Perspektive der Silbenstruktur und des Silbengewichts ist das die Erklärung dafür, welches Problem das Silbengelenk löst. Es macht diese Silben schwer genug, um überhaupt betonte Silben sein zu können. Das waren schon die wesentlichen drei Bedingungen. Schauen Sie, ob es ein Trocheus ist, ob an der Kontaktstelle nur ein Konsonant, und zwar phonetisch nur ein Konsonant, vorliegt. Und überlegen Sie dann, ob die erste der beiden Silben einen kurzen, beziehungsweise ungespannten Vokal enthält. Nur dann, aber auch dann immer, haben Sie ein Silbengelenk. Abschließend gehe ich jetzt noch auf eine Falle ein, in die man leicht läuft, wenn man das ganze Phänomen Silbengelenk direkt von der graphematischen, beziehungsweise sogar orthografischen Seite eindimensional betrachtet. Schauen wir uns die Wörter an. Tasche, Kichern, Klinge, Platzen. Sind alles Trocheen. Tasche, Kichern, Klinge, Platzen. Und der erste Vokal hier ist jeweils ungespannt und kurz. Ta, Ke, Klee, Pla. Und wir haben hier nur einen Konsonanten an der Kontaktstelle. Sch, Ch, M, Tz. Das heißt, es handelt sich um Silbengelenke. Warum erwähne ich diese Fälle? Weil die auf Basis der Schreibung oft übersehen werden. Weil hier keine Doppelkonsonanten stehen und natürlich die Doppelkonsonanten auf der grafischen Seite einer der prototypischen Anzeiger für ein Silbengelenk sind. Und bei den Segmenten, die wir mit drei oder zwei Zeichen kodieren in der Schrift, verdoppeln wir die halt nicht. Außerdem ist Tz die Silbengelenkschreibung für das einfache Z. Die werden also sehr leicht übersehen, wenn man sich nur an der Schrift und an der Doppelkonsonanz orientiert. Auf der anderen Seite wissen Sie, dass es auch durchaus vielleicht Doppelkonsonanten gibt, die kein Gelenk anzeigen, weil das Konstanzschreibungen zum Beispiel sind. Da können wir auch nochmal gesondert drüber reden. Wichtig ist, übersehen Sie die nicht, denken Sie immer phonetisch, phonologisch und nicht in erster Näherung, zumindest grafematisch. Und das war es auch schon wieder für das Video. Vielen Dank und Fragen und Anregungen schreiben Sie mir noch in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal.